Das Produkt ist, finde ich, ein Segen, ein Game Changer, weil wir jetzt trotzdem in der Lage sind, Schnellergebnisse zu erreichen. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda, rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Meine allerliebsten Beauty-Freunde von der Praxiskontur. So schön, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Meinem Stimmchen mal wieder zu lauschen und euch abzudaten zu den Themen der ästhetischen Medizin, die tagtäglich uns in unserer Praxiskontur begegnen. Und wir versuchen immer wieder, euch auch auf dem Laufenden zu halten, was es Neues gibt. Und dabei möchten wir natürlich streng zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden, damit ihr auf Nummer sicher jederzeit euch wirklich vertrauensvoll in unsere Hände begeben könnt. Und heute möchte ich mit euch ein Thema besprechen, was eigentlich eine meiner absoluten wichtigsten Herzensthemen ist, und zwar Unverträglichkeiten. Dazu muss ich sagen, dass selbstverständlich eine Behandlung in unserer Praxis zum Thema Unterspritzungen nur dann möglich ist nach ausführlicher Anamnese. Das heißt, dass wir, du und ich, uns ausgiebig unterhalten, uns kennenlernen, dass ich weiß, welche Medikamente du so einnimmst. Ob du zum Beispiel in der Kindheit auch mal eine rheumatische Erkrankung hattest, die sich dann sozusagen verwachsen hat. Ob du sonstige Autoimmunerkrankungen hast. Ob du sehr gerne auch zu Infektionen neigst. Und natürlich, wie vorhin schon erwähnt, die ganze Vorgeschichte zum Thema Medikamenteneinnahme. Ob du allergisch bist. Manchmal weißt du das ja gar nicht. Da muss man schon genauer nachfragen. Sei es zum Beispiel eine versteckte Wespenallergie, die du nur noch so schemenhaft in Erinnerung hast. Ob du schon mal Lippenherpes hattest. All das sind ganz, ganz, ganz wichtige und wirklich game-changing Argumente für oder gegen eine Behandlung. Und da lasse ich auch nicht locker. Ich frage lieber 20 mal nach, bevor wir irgendetwas nicht aufgeschrieben haben und übersehen haben. Weil aus der Summe deiner ganzen medizinischen Vorerkrankungen und Ereignisse ergibt sich dann erst eine Idee, mit was wir dich behandeln können. Und jetzt, beste Beauty-Freunde, kommen wir zum heutigen Thema. Das Produkt Algenes. Das ist ein Saccharose-Produkt, welches keine chemischen Verbindungen enthält, um es zu stabilisieren. Und das unterscheidet es komplett zum Beispiel von der Hyaluronsäure. Und zwar meine ich die Hyaluronsäure, die dir Hebekraft, die auch anhält, liefern kann. Um zum Beispiel einen Wangenaufbau, eine Kinnlinienbegradigung, eine Anhebung der Nasolabialfalte und so weiter zu behandeln. Und im Gegensatz dazu ist das Produkt Algenes auch durch unterschiedliche Konzentrationen, die das Produkt sozusagen auf dem Markt innehat, in der Lage, genau die gleichen Indikationen wie beispielsweise Hyaluronsäure anbieten zu können. Durch die verschiedenen Konzentrationen kann ich dann die verschiedenen Indikationen behandeln. Genauso auch eine Kinnlinie oder eine Nasolabialfalte, eine Marionettenfalte, ein Wangenaufbau etc. Und die ganz niedrige Konzentration ist auch in der Lage, ein Superglow in der Haut abzugeben. Und das ist natürlich etwas, was das gesamte Portfolio, was wir auch von der Hyaluronsäure kennen, abdecken. Und so viele Patienten mittlerweile, die ich kenne, neigen leider auch zu Unverträglichkeiten, die häufig entstehen aufgrund der chemischen Bindungsbrücken. Wenn du zum Beispiel eine Infektion gerade durchmachst, wie zum Beispiel eine Blasenentzündung, dann ist es möglich, dass der im Blut kursierende Handikörper tatsächlich die chemischen Bindungsbrücken zwischen den Hyaluronsäureketten angreifen kann. Und das kann sehr, sehr unschön werden. Und diese Unverträglichkeitsreaktionen, die haben tatsächlich auch weltweit zugenommen. Ich will damit jetzt nicht sagen, mein lieber Beauty-Freund, meine liebe Beauty-Freundin, dass ich plötzlich mir vor Angst in die Buchs Pipi mache. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich bin nach wie vor ein großer Freund der Hyaluronsäure. Aber, 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 durch die Alternative, die ich jetzt hier mit anbieten kann, habe ich die freie Wahl und kann noch genauer schauen, welcher Patient wird ausgeschlossen von mir für die Behandlung mit der Hyaluronsäure. Und ich habe wirklich jetzt die letzten 15 Jahre schon einiges gesehen, was alles so passieren kann, auch wenn Patienten zum Beispiel vergessen, liebevoll ausgedrückt, mir sozusagen die Wahrheit zu sagen über Vorerkrankungen. Sowas passiert nun mal, damit muss ich als Behandler auch zurechtkommen. Und es gibt ja auch nichts, was man nicht irgendwie wieder korrigieren kann, aber es kann manchmal langwierig sein. Also deswegen seid so ehrlich als nur möglich. Und wir können tatsächlich bei gewissen Vorerkrankungen trotzdem tiefe Strukturverluste, die wir sonst mit der Hyaluronsäure hätten behandeln können, jetzt mit einem ungefährlicheren, für diesen Patienten zumindest ungefährlicheren Produktportfolio genauso gut behandeln und auch tiefe Falten anheben. Merkt euch das Produkt, das ist das Erlgeness. Es hat noch einen Riesenvorteil, weil es ist komplett biokompatibel. Das heißt, nachdem es abgebaut ist, bleibt kein Partikel übrig. Es wird tatsächlich komplett aufgelöst. Der zweite sehr, sehr große Vorteil für mich liegt darin, wenn es gespritzt wird, ist das Ergebnis sofort sichtbar. Also, es wird injiziert und der Effekt, der entwickelt sich nicht erst, sondern das, was du dann siehst, ist auch dein Endprodukt. Das ist das, was du sozusagen auf die Schnelle, wenn das jetzt mal kurz vor Weihnachten noch sein soll, für dich erreichen kannst. Finde ich großartig, weil man hat die Ergebnisse direkt. Heißt nicht, dass du nicht vielleicht auch ein oder drei Tage eine mäßige Schwellung hast, aber das geht ja auch schnell wieder weg. Das Produkt ist, finde ich, ein Segen, ein Game Changer, weil wir jetzt trotzdem in der Lage sind, Schnellergebnisse zu erreichen und auch tiefe Strukturverluste wie mit sehr, sehr starken Hyaluronsäuren behandeln zu können. Das freut mich total, dass ich dir dieses Produkt heute näher bringen durfte. Merke dir den Namen Algeness. Es gibt es in verschiedenen Konzentrationen und lass dich von mir beraten. Gerne auch per Video, wenn du weiter weg wohnst und wir können dann den eigentlichen Behandlungstermin vor Ort machen. Entweder in der Praxiskontur in Fulda oder in Frankfurt. An der Stelle wünsche ich noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du mir jetzt gerade zuhörst und mir dein Öhrchen geliehen hast. Und die verschiedenen Algeness-Produkte werde ich dir dann empfehlen, wenn ich dich sozusagen live vor mir habe oder per Video. Bye-bye, ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast der Praxiskontur mit vielen tollen Neuigkeiten. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.